Hallo, willkommen bei barrierefrei1.de. Wir sind in Kirchheim Unterteck bei der Firma Fränki. Erstmal hallo Gabi. Hallo Olli. Gabi, viele Kunden mittlerweile waren da, trotz Schlechtwetter. Heute aber schönes Wetter. Wir haben Mai 2024 und ganz viele Fragen. Was gibt es Neues? Natürlich die, die kommen und eine Probefahrt machen hier bei Fränki, die kriegen das vor Ort mit. Aber wir wollen natürlich auch denen Leute die Chance geben, die schon ein Haus haben und die zukünftig kommen und bei dir eine tolle Probefahrt machen. Und da gibt es wirklich einiges Neues. Und da probieren wir mal ein kleines Update machen. 2024, so wie jedes Jahr, vor der Messe, dass die Leute mal Bescheid wissen. Also eins mal ganz, ganz neu, was wichtig ist. Es gibt eine niegelnagelneue App, auf die ich jetzt auch nicht groß eingehe. Und bei jedem Gerät ist jetzt in Zukunft, wenn das hier herkommt, nämlich der Barcode dabei. Ja, weil jedes Gerät hat ja seine eigene Nummer und jedes Gerät hat dann auch seinen eigenen Barcode. Genau. Das heißt, die, die ab jetzt ausgeliefert werden, da liegt das bei. Wir richten das natürlich mit euch ein, die App. Nur wie gesagt, wenn die auch mal verschickt wird, zum Beispiel, was manchmal vorkommt, wenn der Torsten auch beim Norder ein ausliefert, dass ihr wisst, das liegt immer der Unterlage bei. Genauso wie die TÜV-Papiere. Die TÜV-Papiere, Versicherung machen wir ja alles. Und somit liegt auch das dabei. Und jetzt wichtig für Bestandskunden, die das schon haben, ihre App runterschmeißen, neue App raufladen und dann die neuen Vorteile nutzen. Der Vorteil hier ist, dass gleich alle Fahrzeugdaten hinterlegt sind im System und die in Österreich viel besser jetzt, sage ich mal, über Updates sehen können, ob die immer auf dem neuesten Stand sind und für die Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig. Und ganz, ganz toll auch, es funktioniert bei allen Geräten, weil das jetzt nicht mehr über Bluetooth geht und läuft viel stabiler in Zukunft. Das ist toll. Und die Entwicklung geht jetzt wirklich erst gerade richtig los. Vielleicht nochmal erwähnen, die alte App runter und zur Sicherheit immer, auch wenn man die neue schon draufgespielt hat, nochmal neu drauf spielen. Bei den Bestandskunden, die schon länger haben. Genau. Also wie gesagt, die alte funktioniert noch, aber die dann runterschmeißen, die neue App drauf machen. Dass da nicht zwei parallel sind, weil du siehst das vom Icon nicht auf der Oberfläche, ob es die alte oder die neue Software ist. Und ganz toll auch jetzt, hier über die App kommt ihr direkt in den Zubehörshop. Und alles, was wir euch jetzt mal vorstellen, Neues an Zubehör, was wirklich sehr viele Kunden gewünscht haben, haben wir versucht, über den Winter auch hier mal wahr werden zu lassen. Und das könnt ihr jetzt in Zukunft hier bei der Gabi natürlich vor Ort alles bestellen. Genauso bei Host Mobility auf dem Shop. Da seht ihr, was es Neues gibt. Und das hat auch alles Gabi hier in Kirchheim Tech. Zum Beispiel, was sehr oft gefragt wird, eine größere Tasche. Und das haben wir jetzt einfach mal. Einfach mit so einem Klicksystem. Ich klicke es bloß rein, kann sie mitnehmen. Und da kriege ich jetzt ein bisschen was rein. Genau. Und dazu haben wir immer noch deine Quackatasche. Die kannst du auch mal zeigen. Also wir haben jetzt hier mal, und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, gibt es verschiedene Designs, verschiedene Größen, nach wie vor. Wie nach wie vor. Für Geldbeutel, Handy, was auch immer. Und die kann ich genauso wegmachen. Das ist für mich ein Mastheft. Das ist eine tolle Tasche für Zigaretten, für ein kleines Handy und Schlüssel, Kohle. Vor allen Dingen, sie drückt nicht so auf. Also wenn jetzt jemand nicht so viel mitnehmen muss, ist das die ideale Tasche. Genau. Wir können auch rechts und links eine machen, je nachdem. Aber da halt ein bisschen breiter. Also da haben wir jetzt Möglichkeiten. Da schaut ihr auf dem Shop vorbei, was ihr für einen Bedarf habt, was ihr mitnehmen wollt. Ich arbeite auch mit dem Rucksack. Da werde ich euch mal demnächst was vorstellen. Und das war's mal. Dann haben wir, kannst du mal weglegen, Gabi. Dann haben wir auch toll, was ein Kunde gewünscht hat, unbedingt einen Spiegel und einen Rückspiegel. Das haben sehr viele angefragt. Wir wollen einen Rückspiegel haben. Und da gibt es jetzt einen Rückspiegel, den kann man auch einklappen. Ich zeige es mal, Gabi. Der geht super zum Einklappen hier. Und dadurch bleibt das Gerät schön flach. Da zeige ich euch nachher mal auf die Makro-Einnahme. Und ihr seht auch, was hinten los ist. Ich sage immer, gut, mich interessiert nicht, was hinten ist. Aber für manche ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn Sie rückwärts fahren, niemand zusammenfährt. Dann gehen wir auf das nächste Detail einmal. Einen Flaschenhalter, Dosenhalter. Ja, auch klasse. Ja, das ist klasse. Also ob Dose, ob Becher, ob Fläschle, vielleicht ein bisschen unpraktischer Dosen. Aber wichtig, viele brauchen wirklich Flüssigkeit sehr viel. Die müssen trinken. Trinken nicht vergessen, Leute. A und O. Deshalb jetzt auch möglich ab sofort im Shop bei der Gabi oder wie gesagt bei Host Mobility kann man den natürlich auch bestellen optional dazu. Dann haben wir ein ganz großes Thema Stockhalter, Krückenhalter. Und da hat jetzt natürlich Host Mobility nicht nur was Schickes, sondern was sehr, sehr Funktionelles konstruiert. Und das ist werkzeuglos zu montieren, Gabi. Das zeige ich nachher mal. Ich zeige es nachher mal. Der ist echt für Krücken super. Der ist für Krücken und zwar gerade wenn man zwei hat. Er trägt nicht groß auf. Und, und, ich sage es gerade mal, ich zeige es nachher, ich montiere es nachher mal geschwind, dass ich es euch zeige. Das Tolle ist, man kann wirklich zwei Krücken haben und man braucht kein Werkzeug, um den nachträglich hier anzubringen. Ab sofort wirklich hier mit den, mit den, äh, Verschraubungen, die, ja, und fertig. Und gerade bei Krücken ist es toll, dass die immer dabei sind, weil viele brauchen das einfach. Auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo man auch wirklich sagt, gibt es in Holzausführungen übrigens und im Schwarz lackiert für den Black Edition. Jetzt haben wir gerade, ist geschmacksach, man kann so oder so wählen. Und natürlich, ganz wichtig, der total einfache Easy-Stockhalter für einen, für gerade im Willi-San, kannst du mal zeigen. Oder bei mir ein Leki-Stock, geht da natürlich super rein. Den haben wir schon vorgestellt, wird auch sehr gerne genommen, auch absolut top. Der wird auch hinterher eingebracht. Zeigen wir mal her auch. Zeigen wir nachher auch, genau. Kann ich nachher mal anfangen. Dann, großes Thema natürlich, viele haben immer den Wunsch, Felge. Felge ist natürlich ein Riesenthema, Gabi. Alle Dinge bei Männern. Bei Männern, ja. Es gibt Schwarz und es gibt Silber und es gibt verschiedene Designs. Und dazu muss man sagen, das wechselt auch. Und zwar, gerade diese Felgehersteller wechseln circa alle sieben, acht Monate, je nach Saison wechseln die das Design. Und da profitiert ihr davon. Es gibt auch heute schon Felge, wo viele sagen, oh, die ist geil, die Willi, die gibt es gar nicht mehr. Also das ist schon eine kurze Laufzeit. Deshalb, da wichtig, Leute, ihr müsst wirklich gucken, was ist aktuell. Das kann man eine Zeit lang bestellen und dann wird das auch ausgetauscht. Das kann jetzt sein, die fünf Speicherfelge liefen, ja. Jetzt gibt es die gar nicht mehr. Jetzt haben wir ganz tolle neue silberne und schwarze Felge. Und gegen Aufpreis, gar nicht so viel Geld, kriegt ihr da natürlich alle Felge auch. Da wichtig, einfach bei der Gabi Nachfrage, Design oder am besten auf den Shop gehen. Da gibt es dann eine Bestellnummer, die bei der Gabi angeben. Dann habt ihr auch die passende, richtige Felge her. Weil Felge ist schon geil. Felge ist schon geil. Auch bei Männern und Motorradfahrern, weiß ich. Ansonsten denke ich, Gabi, machen wir gar nicht groß rum. Unser Event Kitzbühel steht ja demnächst, 21. bis 24. August. Da sind wir ganz groß in der Planung. Da gehen wir jetzt nochmal neue Touren planen und so weiter. Essen organisieren und, und, und. Sehr, sehr, sehr aufwendig. Und ist aber kein Problem, weil wir haben ja in Karlsruhe das Jahr keine Messe. Deshalb nutzen wir die volle Zeit jetzt für unser eigenes Event. Und da freue ich mich auch riesig. Und gerade, wie sieht es denn aus, Resonanz, sehr groß, gell? Haben wir groß und, okay, das können sich noch ein paar Leute anmelden, aber dann machen wir zu. Machen wir zu. Das heißt auch hier, Leute, falls ihr noch vorbeikommt zur Probefahrt, ein Haus erwerbt. Material hast du genug bestellt, hoffentlich, Gabi. Ja, das kann jeder Haus fahren. Naga ist gut gefüllt hier. Wir können auf jeden Fall relativ schnell agieren, dass er auch wirklich auf euren Namen versichert, zugelassen ist. Das wickeln wir ja hier oder tun ja alles ab, Gabi. Nach wie vor TÜV. Das Gerät raus mit Versicherung, TÜV, Einzelabnahme sowieso, die nur einmalig ist. Also den TÜV machen wir das erste Mal. Und die Versicherung auch. Somit kann jeder gleich losfahren und ist versichert. Also, das war's, denke ich. Also Leute unbedingt vorbeikommen mit dem Willi oder mit mir oder der Gabi. Einer von uns ist immer da und zwar niemand anders. Weil viele sich wundern, boah, Olli ist ja auch da, Willi ist ja auch da oder Gabi. Einer von uns drei macht mit euch in Kirchheim-Tec die Probefahrt. Das ist versprochen, das halten wir seit Jahren. Und da freue ich mich auf euch. Kommt, habt Mut, testet den neuen Haus. Es hat sich so viel wieder getan in der Software. Und das Schöne, das Gerät Nummer 1 fährt somit heute genau wie das Gerät Nummer 4 oder 500. Das ist das Tolle. Die Entwicklung kriegt jeder mit. Natürlich optisch ändert sich ein bisschen was. Aber von den Fahreigenschaften exakt das Gleiche. Ob du den heute erwirbst, morgen erwirbst, er wird immer besser. Und somit ist der erste Haus, der ausgeliefert ist, genauso gut wie der Haus von heute 2024. Und das macht uns riesig stolz. Da tolle Arbeit hier nach Österreich. Toll, wie ihr das gelöst habt. Und ja, das war's. Bis bald. Euer Olli und Willi. Kommt vorbei. Probefahrt Kirchheim-Tec. Nicht vergessen. Olli und Willi und Gabi. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020